Fehlversuche sind in Fernand mir wurscht, weil wenn du nix probierst, dann kommst du nix neigst. Der Direktor hat mir dann eh am ersten Tag gesagt, dass ich mir in ihrer abfneiden muss, sonst darf ich da nicht weiter arbeiten. Da fangst du einfach im Kopf ein komisches Rad zum Reden an, wo du dann auf einmal über Geld nachdenkst, was einem doch keinen von uns interessiert. Weiß ich nicht, das ist viel, was wir tun, aber wir brauchen das trotzdem. Wir haben uns jetzt über ein Fenster froh gezogen, wenn wir keine Wierstecken haben. Aber es ist uns halt auch wurscht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.